jo Leute was geht ab ja heute ein tutorial wie eine ps4 machte minecraft hört bis zum ende dann wird vielleicht spaß sein bis zum nachmachen und ja viel spaß im video fang dann mal an dass er weg weg hier so eine ps kannst du aufhören zu steuern danke ja da und nein nein du musst ja okay so ja genau gönnt abo okay so einmal so ein block mal graben dann einmal eisenhelm einsetzen dann müsste jetzt hier ein blöckchen dann das ist okay ich habe es verschweige gemacht so dann ist jetzt so da schon die ps4 ja ganz einfach die ps4 nachzumachen ist die ps ist ultra einfach ja hier ist 5g dafür muss ich dann noch mal schauen ja ich habe es halt selber herausgefunden ihr könnt dann halt auch im fernsehen machen wie ich habe halt hier ein fernsehen gemacht dann hier dann gibt es ein tutorial und das sind halt die controllers die da da drin sind echt geil ja bei paar likes dann werdet da wäre ich dann halt auch ein tutorial machen für ein fernsehen like und abo bis zum nächsten mal und ja leute danke fürs zusehen freue mich dass ihr bis zum ende geguckt habt und unten like und abo da würden mich freuen für eine unterstützung und wir sehen uns im nächsten video ciao ciao leute